um er hat im Klär das ist besser als mw2 das ist ja gar nicht also es ist was ist das jetzt ich habe mich aufgepasst keine Ahnung BOMBE Hausbombe Teamsextraut BOMBE ist natürlich kacke hier warte mal der Spot Wohnzimmer Fitnessraum ne der ist auf zwei verschiedene Etagen der ist scheiße nicht wählen einmal im Keller und einmal oben das ist Gaylord einmal müssen wir denn aber wahrscheinlich ne wir müssen ja also wenn wir gewonnen haben dürfte wir den gleichen Räumen ja nicht nochmal nehmen äh dann nimm wir Garage ja aber es sind ja mehrere Runden ja aber du kannst ja doch also ne die Runde danach kannst du doch die anderen nehmen ja doch wieder naja Jonas die Kirne Potenzial PC achso aber ich hab die beste Grafikkarte von allen ja bringt dir auch nix bringt dir ganz viel Kelle das ist sein Argument er hat die beste Grafikkarte von Stunt der FPS hallo Leute hab ich auch Kelle ich hab mein iPad und ich bin auch schnell mit Laden fertig Bomben weiter Schütz du Sergei ist Russki und Rüstung wo ist denn hier über sie? nur noch 10 Sekunden hier ist nichts zu machen bitte was? nichts zu machen ich geh in euch nicht raus ja alles gut das klappt in letzter Zeit sehr sehr gut die Gegner haben meine Worte lokalisiert Kelle hast du Rüstung? ich hab noch keine Rüstung können die von oben Fuse reinsetzen jetzt? ne aber durch die ganzen Fenster ne oh bei mir geht was ab Bombe ist hier down er ist mit Bombe hier reingerannt der Idiot ach Bombe ist down oder? ja lol wieso konnte ich den nicht hitten? das war ach weil er seinen Blackbird hat oh mein Gott ist das ok das ist ja der Blackbird Spaß die und ich sterbe und ich bin down rechts ist Fenster ach scheiße ich dachte der ist nach hinten und hat sich verdünisiert du wirst entdeckt wenn du in dieser Zone bleibst ich hab hier Treppenhaus mit Kamera im Blick oh ne da einer kommt vom Mars-Spot von der Treppe ist einer diese Map ist auch kacke zu vertreten ach so wir sind der Erde tot jetzt da die Map ist echt kein Ziel die Gegner scharfen eine Bombe ihr Entschärfer muss deaktiviert werden Mission gescheitert eigener Druck neutralisiert und bist du eigentlich wieder auf oder? ja ach ey tja jetzt richtig schlecht jetzt muss ich sie erst vor aufnimmst ach ein Gegner weniger wir müssen eine Bombe aufspüren man das soll man so lange auf die Gegner warten und so ne wir müssen eine Bombe aufspüren wir müssen eine Bombe aufspüren ne Keller es gibt noch warte bei Netflix ist grad die vierte Staffel Modern Family ne? mh im Internet gibt's wahrscheinlich schon die sechste siebte aber nicht auf deutsch die sind da was so beschissen ist die zwei Stockwerke die zwei Stockwerke sind die die zwei Stockwerke sind die also unten im Wohnzimmer und pass auf die an Bären fallen ja Bären fallen ist genau vorm Fenster ähm wollen wir alle eigenen Spot angreifen? ne von verschiedenen Seiten ist doch viel besser ja aber auf einen Spot oder wollen wir auf einen verschiedenen Spot ich würd sagen wir nehmen das Wohnzimmer oder? ja dann würd ich nämlich auch sagen wenn läuft besser äh 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 das Wohnzimmer B oder A ja B ist das obere B B oder A ja fester Anfurt oder wie gehen hier durch die Garage durch und greifen A an A A A A A A A A Ich hab hier mit einer Naid angehettet A A A da scheint irgendwo einer im Raum zu sitzen Alter wer schmeißt hier mich mit Granaten ab? Du bist da oben, ich hab die unten reingeschmissen. Was sagst du? Ich glaube links in der Ecke, also von dir aus rechts, Jonas, das eine. Jetzt ich hab die unten in B-Rollen geschmissen. In B? Ja. Warst du das nicht? Jemand hat mich mit Granaten abgeworfen. Das hat der Säge mich gerade erschrocken. Da ist doch einer. Oh, vor mir. Ange. Ich plan, ich plan, ich plan, komm schnell her. Alter, ich bin down. Bist du in der Bandfahrt reingelaufen, Keller? Oh ja. Ich auch. Scheiße. Ach, nicht euer Ernst. Die kommen runter, die kommen Treppe runter. Hey Nils, hi. Ja, ich kann grad nicht. Nachlafen ist auch ein Feuerschutz. Alter, dieses schwule One-Hitten. Oh mein Gott, was für ein Lackhaus. Hier. Oh mein, wow. Das Ame wird belohnt. Ja. Leider, leider. Zum Glück. Ja, wollte ich auch jetzt sagen, zum Glück. Ähm. Auch mein Jona, lass ich mich doch mal Bandit spielen. Garage. Ja, ich bin Bandit. Ich bin damit voll gut. Ey, sonst hab ich immer früher Bandit gespielt. Ja, aber ich hab in letzter Zeit vor viele gegründeten damit. Ja, aber ich hab in letzter Zeit vor viele gegründeten damit. Ich mach dir mal die Tore mit dich, bitte. Ach, das ist der Spot, wo man meinen geilen Spot hat. Das Gerät ist vorbereitet. Ja. Wollen die durch dieses Tor wenigstens schon mal nicht durch. Was ist mit der anderen Garage, Bonas? Äh. Da hab ich kein Blitzding für. Ich hab ein Tor noch, aber kein Blitz. Warte. Weg mal genau um eine Bombe. Hier. Mal ein paar Bären fallen hin. Vielleicht merken die das nicht. Warum bist du noch? Alle. Ähm. Ich stier. Hallo, Ego, lass dich noch mit rein. Garage wird auch gefust. Vor dem hier liegt eine Granate. Hallo, die können von da oben kommen. Fuck. Ego, soll ich's zu machen? Was? Das hier, wo ich bin? Nein. Was? Das hier, wo ich bin? Nein. Irgendwann hat wieder keine Wüstung genommen. Ja, ich, sorry. Und noch jemand. teammate wahrscheinlich du kannst das offene angucken ich ja oder da steht ein auto und ein schild vor ich sehe da nicht ganz so viel der streff ist fast tot und ist ganz oben im zweiten stock da ist noch einer draußen scheiße ist die drohne rechts von mir dann wahrscheinlich gleich reinkommen das tut wir gehen ja auch zoniert kann auch sein hört sich fast da hatte ich ja nur noch die schuhe ja mach mal da ist der der war nie zu fahren Ich laufe mit alt, dann bist du leiser. Geh jetzt einfach rein. Okay, der ist rausgelaufen. Ist Treppe oder so? Ja, Treppe oben. Treppe habe ich im Blick. Ja, ich auch. Nur noch 15 Sekunden. Das schafft er nicht mehr. Der ist safe. Alter, der Pfosten wackelt bei mir voll rum. Fünf Sekunden übrig. Einer Punkt, die durch alle Gegner eliminiert. Nice. Und drei Gegner noch. Oh Mann, das ist doch auch langweilig, wenn die Gegner mal quitten. Releasen. Sollte echt mit einem Tag hier, ne? Bannen, bestraft werden. Okay, ist raus, ey. Ja, ohne Spaß. Sonst hört das ja nicht auf, ey. Wie oft immer die Leute quitten. Das ist so langweilig. Gar n Dreckskinder, ey. Und einer. Und einer. Ja, guck dir das an, ey. Was ist das für'n Scheiß? Ich bin jetzt. 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 Eine Runde locker. Und dann können sie wieder ranked spielen. Das wär mal ne Option. zwei spots alleine jetzt aufwachen und er ist auch noch recruit level 58 ist ja einfach rachen war der b oder andere war bei aber da ist er glaube ich raus gegangen das war bei b oder bei b irgendwas gemacht auf jeden fall oh der ist treppel irgendwo keine wohl dass ich auch noch holen ich hab bei a reingeguckt und gerade eine nade überwerfen ja so duschen ich bin jetzt fertig ja mach ich sofort machen wir es auch für dich ja 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 saugen alkohol da hat man kaputt egal hä hast du umgekippt er ist umgekippt wenn er das so sagt nein nein jetzt sei ihm mal nicht so ein lügerisch hier aber wollen ich eh rausfraschen und den weg machen jetzt ist er noch nicht da ja aber gleich schockt ja nicht das ist mir richtig leid kann er nicht auch das ist mega öle die gegner haben eine bombe entdeckt die verteidigung entsprechen da ist doch keiner bei a ja ich bin bei a aber das kräger ist raus ach der ist bei b reingeguckt die gegner haben eine bombe entdeckt die gegner haben eine bombe entdeckt doch wir haben die märten dapd abgestimmt wer hat dapd zu gestimmt für die kackmap hier ja ist das egal ja ist egal stimmt ok weidmann's heil geht los oder was doch mal raus du bist aufgefrogen keine ahnung entdeckt aaaaaaah und wir drin schmeißen wir ein paar gare ein paar dingsen hier von die punkte vom feind kontrollierte zone getreten und aufgelandert du bist entdeckt nein der ist draußen er ist bei der garage er ist bei der garage oh gott er hat fast einen kill aber jetzt lästig von den killen ich habe wieder etwas zu angeschossen Kenne ist ja instant wieder abgenippelt ja ich hab ja auch nicht den typen gesehen er muss die auge mal aufmachen ne ich bin nicht mein schmach war auch jetzt unbefriedigendes ende ich bin Kenne ich bin wieder mein letzter der erste noch assi sein ja ist halt keller ja standard ja bis der war mit dem er ich Amen.